Es ist Supportman by the way Mein Nocturne ist Supportman, Master, Master Supportman Master Supportman Es ist Master Supportman Ist doch Scheiße, ist doch Blödsinn Ist doch Blödsinn Wie unfair ist Matchmaking, man? Ich bin nur zu Matchmaking Name etwas mehr Frustratierter als zu Matchmaking Es ist nur der größte Frustratierter Cancer ever Es ist so unfair Ich weiß nicht. Es wird so unfair Oh F***! Was ist das? Disgustin, WHY IS THIS GUY IN THIS GAME?! 270 TLP, BRO! And then look at this, and he's 1.2 TLP! How is this even fair?! How does this happen even? What is this matchmaking?